Na Otto, wie ist es? Ganz schön warm hier in Deutschland, du. Das ist mir ja gar nichts. Ich schwitze hier unter diesen ganzen Klamotten. Es ist der Wahnsinn. Also ich bräuchte das wirklich mal ganz dringend, dass ich... Warte mal, nicht, dass ich hier zu viel ausziehe. Die Leute gucken schon. Ich bräuchte das wirklich mal ganz dringend, dass ich so ein bisschen in der Antarktis oder so... Hast du da was anzubieten? Antarktis? Nee, das machst du nicht. Traust du dich nicht, ne? Aber das wäre mir auf jeden Fall mal sehr wichtig. Ansonsten würde ich mich auf diesem Wege jetzt gerne mal bewerben. Und du siehst, Kälte macht mir persönlich gar nichts aus. Ich habe noch zu viel an. Was mir was ausmacht, ist, nicht angenommen zu werden. Und was es bei Seven vs. Wald schon passiert. Und deswegen würde ich sagen, diesmal machen wir das anders, oder? Du nimmst mich einfach mal an und dann haben wir eine schöne, gute Zeit zusammen. In... wo geht's hin? Du weißt schon, Finnland. Gut, ich mache mich jetzt schon mal auf den Weg. Und ich zeige dir jetzt noch ein paar überzeugende Clips, oder? Weißt du, Sommer, der beginnt mit der richtigen Einstellung. Ich weiß halt, ich werde immer richtig Bock auf Sport. Du musst mir hier halt nichts beweisen. Wir wissen halt beide, dass es arschkalt ist. Das hat nichts mit Beweisen zu tun. Es ist einfach schönes Wetter und ich möchte das genießen. Ich spüre meinen Mittelfinger nicht mehr. Und der Zoom geht leider auch nicht. Weißt du, ey, immer nur an Beschwerden. Wie in Miami hier, schön leiser Strand. Geil. So, von Wege, ist nicht warm genug, ist nicht warm genug. Die Leute wollen Content, die Leute kriegen Content. Das ist halt übelst geil. Robin, schneit's in Miami auch? Das ist einer von diesen Sandstürmen, ja? Achtung, Achtung, hier, ich pränke, ich pränke. Weißt du, was ich vergessen habe? So dumm, Alter. Ich krieg Sonnenbrand. Ich hab so helle Haut, Mann. Robin, ich hab Schnee auf der Linse. Nee, Franz, es geht jetzt mal nicht um dich, okay? Wenn ich hier Sonnenbrand kriege, das ist es einfach nicht wert. Wir gehen jetzt in die Stadt filmen. Jetzt wird geprankt. Alter, meine Hand ist wirklich eingefroren. So, das siehst du jetzt schon, ne? Weißt du, was das bedeutet? Das ist jetzt reserviert. Nicht, dass du jetzt hier irgendwie Spirenzen machst. Entschuldigung, könnten Sie mir einmal hier so den Rücken einkriegen? Können Sie mir sagen, wo es zum Strand geht? Alles gut bei Ihnen? Ja, ja. Oder gibt's keinen Strand? Keinen Strand? Nein, gibt's keinen Strand. Nicht künstlicher, irgendwie an der Ilmen lang oder so? Die müssen dann in den Ilmen gehen, ja. Da haben sie Wasser. In die Richtung. Okay. Korrekt. Dankeschön. Ja, aber du siehst jetzt auch mein Handtuch, ja, ne? Dann müsstest du dir jetzt wahrscheinlich eine andere Bank suchen, denke ich mal. Da müssen Sie aber aufpassen. Vorne, wo der Sand anfängt, hast du es ganz schwer mit schieben. Ja. Soll ich dich eincremen? Geh da gleich mal weg. Ihr habt das schon gesehen. Braucht euch da gar nicht hinsetzen. Hier ist schön mein Handtuch. Ihr wisst, was das heißt? Das ist reserviert, okay? Ja, okay. Also. Guck, da ist auch die Bank. Ja, stimmt. Da sind auch welche. Ja. Guck mal, ich habe jetzt hier reserviert. Könnt ihr mir vielleicht ein bisschen frische Luft zuwedeln oder so? Das wäre geil. Respektierst du das jetzt nicht, oder? Ne, ich war ja zuerst da. Ne, aber ich habe mein Handtuch dahin gelegt. Das heißt doch reserviert. Ja. Sag mal. Robin, das ist schon echt total dumm. Alter, Franz. Lange noch ein Reich zu reagieren. Was soll ich dir denn noch zeigen, Mann? Das ist übelst geiles Wetter. Meine Einstellung pisst mich einfach an. Was willst du mir denn nur beweisen, Junge? Ey, Leute. Komm rein. Planschen. Wuhu. Komm rein, Franz. Das ist richtig, richtig geil. Wuhu. Franz. Wuhu. Planschen. Wuhu. Oh, ist das schön. Wuhu. Wuhu. Schnappt da ja ein Bikini und kommt mit rein. Außerdem bin ich absoluter Experte in Survival. Wenn ich das überlebe, dann ist Arctic Warrior mal so gar kein Problem. Also, Otto. Lieber Mann, nimm mich an. Ich zeig dann, was ich kann. Wir zusammen untertanen. Das wird Pfann, da kommt kein anderer ran. Ja, das wär's gewesen. Letztes Argument, Otto. Nimm mich. Ansonsten hab ich nicht mehr so viel Zeit. Was hast du gesagt? Maximal fünf Minuten. Haben nicht mehr so viel. Ja, dann sag ich einfach, ich nutz die Plattform für was Wichtiges. Das Klima der Erde ist wirklich schlecht. Also, wir sollten wirklich langsam dringend an.